Moin Leute! Wer Minecraft zockt, kennt das schönste Gefühl ist, wenn man Diamanten findet. Aber auch im richtigen Leben findet jeder Diamanten geil, weil man eben weiß wie teuer die sind. Was Diamanten genau sind, darum geht es jetzt! Diamant ist eine Modifikation von Kohlenstoff. Modifikation heißt hier nur Erscheinungsform. Neben dem Diamant ist die bekannteste Modifikation von Kohlenstoff das Graphit. Der Hauptunterschied zwischen beiden Stoffen liegt schon in der Anordnung der einzelnen Kohlenstoffatome. Beim Graphit sind die Kohlenstoffatome in Waben angeordnet. Diese bilden dann verschiedene Schichten, die relativ locker aneinander gebunden sind. Beim Diamant ist das anders. Hier ist zwischen allen Kohlenstoffatomen eine sehr starke Bindung durch die spezielle Anordnung der Atome. Im Vergleich mit dem Graphitgitter sind im Diamantgitter die C-Atome mit 4 weiteren Kohlenstoffatomen verbunden. Dadurch bekommt der Diamant auch viele seiner Eigenschaften. Zum Beispiel die außergewöhnliche Härte. So ein Diamant ist nach der Härteskala das härteste was es gibt. Deshalb wird er zum Glasschneiden oder auf Bohrköpfen verwendet. Aber obwohl das Ding so hart ist, ist es trotzdem nicht unzerstörbar. Genau wie Graphit kann es mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid verbrennen. Deshalb nicht probieren den anzuzünden. Wenn man Diamant hört, denkt man im ersten Moment auch gleich an Schmuck. So ein Diamantring mit 2 Karat das wäre doch was. Aber was bedeutet Karat eigentlich? Karat ist einfach eine Bezeichnung für ein Gewicht. Ein Karat sind etwa 0,2 Gramm. Das ist das Durchschnittsgewicht eines Johannes-Brotbaumsamens. Ja wirklich. Ein Johannes-Brotbaumsamen. Karat hat deshalb überhaupt nichts mit der Farbe eines Kristalls zu tun. Die entsteht durch Fehler in der Kristallstruktur oder durch kleine Verunreinigungen. Hättet ihr das gedacht? Wie kommt man an Diamanten? Die meisten werden in Russland und Südafrika gefördert. Aber neben der Förderung, also dem Abbau aus der Erde, gibt es noch einen anderen Weg, um Diamanten herzustellen. Die kann man auch synthetisch herstellen. Wie geil. Einfach Diamanten selber machen. Problem dabei ist nur, dafür braucht man sehr viel Druck und Wärme. Im sogenannten High Pressure High Temperature Verfahren. Dafür wird Grafit einem Druck von 6 Giga Pascal und einer Temperatur von 1500 Grad Celsius und das für mehrere Wochen ausgesetzt. Not bad. Wir schauen uns jetzt mal das Phasendiagramm von Kohlenstoff an. Bei so einer Temperatur und so einem Druck ist der Diamant thermodynamisch stabiler und wird gebildet. Naja, aber wenn der Diamant wieder kälter wird und der Druck abnimmt, dann müsste er doch wieder Grafit werden oder nicht? Aber zum Glück ist der Diamant metastabil. Das heißt, die Aktivierungsenergie für die Reaktion zurück zum Grafit fehlt. Der Diamant bleibt also stabil. Wär auch scheiße sonst, dann hätt man ja keinen Diamanten. Taschenwärmer sind übrigens auch metastabil. Klickt einfach hier rechts und erfahrt wie die funktionieren. Jetzt wisst ihr hoffentlich was Diamanten sind und freut euch umso mehr, wenn ihr die seht oder an Minecraft findet. Apropos, was zockt ihr eigentlich für Computerspiele? Auch sowas wie Minecraft oder doch ganz andere Spiele? Postet mal eure Lieblingsgames in die Comments. Ansonsten machs gut bis die Tage und Ciao! Ciao.